Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Beim Absturz eines russischen Verkehrsflugzeuges sind heute Morgen in Sibirien Tagesthemen darin Absturz, die Sicherheitsmängel in der russischen Luftfahrt, Vorstoß, Rauchen in der Öffentlichkeit soll verboten werden und Aufstand. Mexikos Bauern kämpfen gegen Unterdrückung. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute mit Ulrich Wickert, unser Überblick. Auf gepackten Koffern, Russlanddeutsche ohne Hoffnung. Auf privatem Gleis, die Bahn AG will schwarze Zahlen fahren. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.